Moin, liebe Freunde von Konoha, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ja, ihr seht recht, ich bin offscreen schon mal zum Trainingsplatz gelaufen aus dem Grund, den ihr gerade schon gesehen habt. Hinata und Neji haben anscheinend was vor mit uns. Es könnte sein, liebe Freunde der Sonne, ich hab das nämlich gerade so ein bisschen mal überprüft, es könnte sein, dass es die letzte Anfrage ist. Wenn dem so ist, werden wir tatsächlich dann uns wahrscheinlich gleich danach, wenn das erledigt ist, vorbereiten für das Sparing, das große Finale dieses Let's Plays. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit den beiden Hyuga. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber es ist ein bisschen schwierig, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr überprüft habe, dass ich ein bisschen mehr überprüft habe. Das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal, ihr Selbstvertrauen stärken. Hinatas Ausbildung, gib Hinata Selbstvertrauen im von Gai geplanten Training. Oh Gott, vier Konoha-Punkte, Belohnung ist unbekannt. Heee, was war das? Ich werde auch mit mir beantworten. Ja, genau. Hinata, bitte. H-h-h-h-h-hi. Okay, dann geht's jetzt! Hahaha, Sosigio, ich habe etwas Zeit. N-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Gekimayo-Sensei? Ich habe das lustige, glaube ich. Wir haben alle drei drei zusammengebracht. Hey, wir haben nichts mit uns? Wir müssen uns mit uns verletzen. Wir haben gerade eine interessante Übung gemacht. Was ist eine interessante Übung? Achtung! Wir haben eine Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge! Das ist ein tolles Name. Oh mein... Wie ist das? Wie ist das? Okay, wir gehen! Schön, dass Naruto in die falsche Richtung schlägt. Oh Mann. Es gibt noch ein paar Erfahrungspunkte, das ist ganz gut. Ach, da ist gleich der Nächste. Schnapp ihn dir, komm und schnapp ihn dir, komm und schnapp ihn dir. Was ist das hier? Falscher Anime. Ist also schwach, äh, äh, Frau Drew, ist also schachbar. Das wollte ich sagen. So, noch irgendwo einer. Müsste ja. Da. Wo war die Kiste im Weg? Komm her. Komm her und kämpf gegen mich. Wo war die Kiste im Weg? Wo war die Kiste im Weg? Na ja. Kiste, das ist vielleicht so schwer. Das ist sehr schwierig. Kannst du es auch nicht beantworten? Das ist doch klar. Wenn du hierher bist, dann kannst du mit dem Schluss kommen. Oh, oh. Die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen des Zutaten! Das ist der zweite Schritt, starte! Das ist klar. Du musst diesen Schmerzen nicht schützen. Okay, dann gehen wir! Echt heißes Hochgeschwindigkeitszerstörungstraining 2. Besiege innerhalb der Zeitbegrenzung alle Gegner, die auf dem Trainingsplatz erscheinen. Die Zeitbegrenzung beträgt 2 Minuten 30 Sekunden. Ich werde dann übrigens gerade mal, wo wir sowieso dabei sind, werde ich dann mal die Ausrüstung tauschen. Und nehmen wir dann stattdessen den Erfahrungsboost mit. Nehmen wir den denn jetzt. Nein. 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 Oder ist das jetzt da? Ne, nicht, das ist das. Das hier meine ich. Louis Anhänger. Genau, den wollte ich haben. Ne? Damit wir die Leute dann für bessere Punkte bekämpfen können. Oh, die ganzen Leute sind auch gleich stark. Ey! Hau doch einfach ab! Was macht das denn? Ich will doch einfach abhauen. Die Sau. Geht aber gar nicht hier, Freundchen. Einfach abhauen hier. Spinnst du ja wohl. Dann will der einfach abhauen. Öh! Aber nicht nett, mich mit deinem langen, dicken Speer, obwohl er nicht mal dick war, aber egal, mit deinem Speer da zu erwischen, das ist aber nicht nett. Sind es übrigens mehr Gegner oder sind es gleich viele? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt mal da. Ja. Das war Stufe 2. Ich wusste es, irgendeine Schweinerei musste kommen. Da fällt die Nade nicht so ein. Ich wusste es. Dann haben wir die letzte Wettbewerb für Hinata. Das ist gut, Neji. Hinata. Hinnata. Verstehen Sie sich für Ihre Kraft und kämpfen. Ja. Hinnata und Hinnata hat das Team verlassen. Ha, ha, ha. Oh, weia. Als Hinata gegen Gai. Das kann ja was werden. Hey, der Witzker. Das kann ja was werden. 15 Treffer-Kombo benutzen. Gegner-Tempo ist hoch, Angriffsstärke ist hoch. 15 Kombo. Alter. Ja, ganz einfach. Okay, das hat ja besser geklappt als ich dachte. Oh, ich habe ihn verdient. Ich bin ja nicht verdient. Pfft. Ich bin ja nix, Nani. Aufs Auge! Oh, MR zuletzt. Schrecklich. Alter. Er ist immer schneller, ne? Merkt ihr das? Er ist immer schneller. Kann er nicht mal langsamer sein? Was? Das ist ein Blumann. Er hat mir Musik geprotektet. Got it. Wie ist das denn? yes besiegt geil sehr schön 3000 hinatas entscheidung folge ich glaube ja ich glaube so hieß der anime folge von klasse von classic glaube ich sogar noch ja hinata gecki maio ssseh otao Woh! Oh. 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 Eh? 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 Ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Jahre lang verletzend bin. Ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Jahre lang verletzend bin. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dir zusammengearbeitet habe, und ich habe mich gefühlt. Hehehe, das ist der erste Spiel für die Karte. Das ist gut! Ich habe auch, dass ich mit dir ein paar Jahre lang verletzend bin. Aber lass den drenniges Platz heil. Irgendwie. Ne, wenn ich mal bedenke, was bei manchen Kämpfen so alles zu Schrott ging. Und nicht nur die Landschaften. Heide Witzka. Ja, kommen doch bestimmt hier irgendwelche wahnsinnigen, äh, Voraussetzungen. Mit ultimativen View zu beenden. Kunst des Tauschens dreimal benutzen. Gegnerangriffe reduzieren dein Chakra. Ja, das ist ja klar. Das ist Neji. Also dreimal Kunst des Tauschens. Okay, dreimal. Dreimal. Oh, warte. Komm, einmal noch. Jo, danke. Wo waren wir noch mal die Bedingungen? Abschlussbedingungen, genau. Genau. Ultimativen View zu beenden. Kampfgewinn ist klar. Gegner, ja, okay. Also müssen wir nur noch ihn mit unserem ultimativen View zu sieben. Das heißt, wir pissen den unteren Gate zu Raid runter. Und danach. Und danach. Und danach dann quasi die Bedingungen zu dem Rest gehen. Scheiße. Gut, dass das Lichter-Chakra reduziert. Aber das wäre ein bisschen fies. Das ist wichtig. Das ist ein bisschen fies. Und dann muss ich auf die Bedingungen stecken. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Es war nicht. Ich bin. Ich bin. Das war's für heute. Nein, 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 nein. Er hat sich selbst besiegt. Kann ich nix für, er hat sich selbst besiegt. Aber natürlich werdet er das. Ja, danke KI, ich hab dich auch gern, oh Arschloch. Mann, oh. Was kann ich dafür, wenn er sich selbst wegbompt? Meine Fresse. Ja, das war ja wohl nix. Ja, das war auch nicht. Scheiße. Dann muss ich natürlich sagen, so langsam bin ich doch ganz froh, wenn ich da bin ich böse. Ich muss tatsächlich sagen, wir sind jetzt bei 64, bei 75, also zu langsamer Zeit. Die meisten Parts sind ja eigentlich eher so, die meisten Elemente, der Ultimate Ninja Reihe sind ja eher so bei 60, 70 pro. Also man kann schon sagen, dass das Spiel, wenn man es komplett durchspielt, muss man das gut sagen. Und ich weiß nicht, sicher, ich habe da auch Leute, die spielen lediglich die Story durch das war's dann für die. Das muss nur auch so groß sein. Ich habe dann, jetzt meine ich, da mal im Gameplay gesehen, da hat einer wirklich durch die Story gefliegt, das war's dann. Und ich bin der jetzt ja wirklich ein Vorurteil von 20, 30 Parts. Also, das ist so, wie es los soll. Ich finde, man sollte es schön versuchen. Oh, Mann. Was? Der kann das unterbrechen? Boah, was für eine Sau. Der kann das unterbrechen? Ja, natürlich. KI-Vorteil wieder. Natürlich. Irgendeinen Vorteil muss er ja haben. Ja, jetzt habe ich nicht mehr Schaden. Ich fasse es nicht. Ich wollte gerade rüberflüchten. Erlässt mich nicht. Ich hasse so. Oh, ich hasse sowas. Dass du immer ultimativst. Ich muss da nie. Das tut mir doch egal. Ich habe da nicht gewonnen. Danke, Neji. Dass du so blöd bist. Hui. Oh, und. Das war's! Das war's! Ja, wir haben es geschafft. Revanche für die Schuhenprüfung. 3000. Damit sollten wir jetzt alle Anfragen durchhaben. Ich werde jetzt gleich nochmal zwischen diesem Part und dem nächsten Part nochmal gucken, ob wir wirklich alles haben. Zumindest in Konoha bei Suna ist nichts mehr. Das ist doch einfach so. Nalto... Du bist auch ein tolles Mann. Aber ich bin so疲lt. Ja. Aber es war ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sicher. Nalto, das ist doch ein sehr, was ich. Naruto hat das Hakekushu-Buch erhalten. Das ist... Hinata-Sama. Und das ist ein Geheimnis von mir. Ich verstehe. Du hast das Hakekushu-Buch gelesen und ein neues Jutsu gelernt. Hakekushu. Na gut. Das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und ein neuer Brief. Das machen wir, glaube ich, nochmal schnell fertig, den Brief. Beziehungsweise, nö, das machen wir im nächsten Part. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielleicht das letzte Mal Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Das wird sich zeigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir das gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt tschau. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und natürlich ganz wichtig, auch weiterhin, bleibt gesund, Freunde. Tschau, tschau.